... springen. Oh nein, ich hasse dieses Leben. Tun Sie es nicht! So, gehen Sie weg, verschwinden Sie! Gehen Sie noch einen Schritt näher und ich springe! Das Leben ist doch so schön! Nein, 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 ich hasse mein Leben. Kommen Sie mit mir, bei mir sind Sie sicher. Sind Sie sicher? Ja, ich werde Ihnen zeigen, wie schön das Leben ist. Dann gebe ich dem Leben noch eine Chance. Ist Ihnen kalt? Ist so wahnsinnig kalt. Ich brauche eine Jacke. Oh, bitte gerne. Ich heiße Jack. Wie heißen Sie? Ich bin Rose. Rose, der Wissenskater. Schön, Sie kennenzulernen, Rose. Ich danke Ihnen. Wollen Sie tanzen? Sie sind mein Lebensleiter. Natürlich will ich mit Ihnen tanzen. Das Zeichen ist dieser Wundervolles. Sie sind ein wahrlicher Meister. Diese Hände. Wessen Hände sind das? Das sind die Hände von französischen Mädchen. Oh, die müssen wirklich glücklich gewesen sein. Könnten Sie mich auch so zeichnen wie Ihre französischen Mädchen? Sicher doch, Rose. Kommen Sie. Ich habe noch nie ein so herrliches Bildnis meiner selbst gesehen. Ich bin die Königin der Welt. Ja. Wieso legt ihr ein Gestroh rum? Wieso hat er einen Biwaksack auf? Dann wärst du doch einen. Oh. Eisbergfrau. Oh mein Gott, Jane. Jack. Jack. Das Schiff sinkt. Jack. Jack. Auf diesem Schiff ist nicht genug Platz für uns beide. Jack. Jack. Mir ist so kalt. Ende. Alles hers. Ja. Tschüss. Hi.